Das Scoreboard ist für Mapmaker in Minecraft unerlässlich. Es ist der zentrale Speicher für fast alle Daten und hilft bei extrem vielen Problemen. Speichern kann man dort unter anderem, wie viele Spieler jemand getötet hat, in welcher Region sich ein Spieler befindet, wie viele Ingame-Währungen er besitzt oder wie oft er bereits beim Jumpernone gefällt hat. Diese Daten kann man außerdem an Ereignisse knüpfen, so dass ein Spieler mit einem bestimmten Wert teleportiert wird oder ein Item bekommt. Des Weiteren kann man mit dem Scoreboard die Name-Tags färben und ausblinden. Die verschiedenen Speicher werden Objectives genannt. Es gibt also ein Objective, das unsere Tode zählt und ein weiteres Objective, das speichert, wie viel Leben wir noch haben. Die Speicher bearbeitet man mit //ScoreboardObjectives. Als erstes nutzen wir //ScoreboardObjectivesAdd, um ein neues Objective zu erstellen. Hinter den Command fügen wir den Namen des Objectives ein, welcher möglichst aussagekräftig sein sollte. Abkürzungen mögen am Anfang Zeit sparen. Bei größeren Schaltungen, die man einige Wochen nicht bearbeitet hat, vergisst man jedoch die Bedeutung schneller als gedacht. Anschließend bestimmen wir den Typ des Objectives. Zählende Objectives z.B. Achievement.openInventory zählen vollautomatisch für jeden Spieler auf dem Server einen bestimmten Sachverhalt, in diesem Fall wie oft jeder Spieler sein Inventar geöffnet hat. Im Anschluss hat man des Weiteren die Möglichkeit einen öffentlichen Namen für das Objective zu bestimmen. Und dies ist beispielsweise sinnvoll, wenn wir mit dem Objective Health ein Herz als Symbol für die Leben nutzen wollen, intern soll es aber den Namen Leben tragen. Mittlerweile gibt es eigentlich für fast alles einen eigenen Objective-Typ und es ist für Mapmaker auch enorm wichtig zu wissen, was man in Minecraft eigentlich alles zählen kann. Eine ausführliche Liste mit allen Typen findet ihr in der Videobeschreibung, ein paar Beispiele als ersten Einblick gibt es außerdem jetzt. Mit Stat.Enderchest.opened wird gezählt, wie oft ein Enderchest geöffnet wurde, Stat.MobKills zählt, wie oft Monster gekillt wurden, Stat.PlayerKills, wie oft Spieler getötet wurden, TotalKillCount zählt, wie viele Kills insgesamt erzählt wurden, Stat.KillEntity.cheap, wie viele Schafe getötet wurden, Stat.Death, wie oft ein Spieler gestorben ist, Stat.Sprint1cm, wie viele Zentimeter im Sprint zurückgelegt worden sind und Stat.MineBlog.Minecraft.gras, wie viele Grasblöcke abgebaut wurden. Zusätzlich gibt es auch noch den Objective-Typ Dummy, welcher nicht von außen beeinflusst wird, sondern nur per Command bearbeitet werden kann. Dort kann man beispielsweise speichern, wie oft ein Spieler ein bestimmtes Haus betreten hat, denn dafür gibt es natürlich kein extra Objective. Erstellte Objectives werden außerdem nicht automatisch beim Erstellen direkt angezeigt, sondern zählen standardmäßig nur still und heimlich den Sachverhalt. Mit Slash, Scoreboard, Objectives, SetDisplay lässt sich das aber ändern. Mit List landen die Werte in der Serverliste, mit BelowName unter dem Namen der Spieler und mit Sidebar in der dann erscheinenden Sidebar. Außerdem kann man mit Sidebar.Team.Red, also der Teamfarbe, ein Objective beispielsweise nur für ein Team mit einem roten Name-Tag anzeigen lassen, auf diese Weise kann man also 16 unterschiedlichen Teams sein eigenes Objective in die Sidebar packen. Mit Scoreboard Objectives Remove können wir abschließend Objectives wieder löschen, um ein bisschen aufzuräumen und mit Scoreboard Objectives List die Objectives auflisten. Noch übersichtlicher kann man die Objectives mit dem kostenlosen Programm NBT Explorer bearbeiten, ein Tutorial zu dem Programm findet ihr in der Infocard verlinkt. Die Scoreboard.Stadt-Datei, in welcher alle Scoreboard-Daten gespeichert sind, befindet sich im Ordner Data der Welt und wir können dort alles überblicken und bearbeiten. Wollen wir ein Backup vom Scoreboard erstellen oder das Scoreboard in eine andere Welt einfügen, müssen wir also einfach nur die Scoreboard.Stadt-Datei von dem einen Data oder in eine andere einfügen. Weiter geht es mit dem Bearbeiten von Werten im Scoreboard und dafür nutzen wir nicht mehr Slash-Scoreboard-Objectives, sondern Slash-Scoreboard-Players. Das Ganze machen wir so. So, weil zuerst der Selector und dann das Objective angegeben wird. Mehr Informationen zu den Selektoren gibt es in der Infocard. Mit Scoreboard Player Set legen wir für einen Spieler oder auch für eine Entität unserer Wahl einen Wert im Objective X fest. Der Wert für den Kill-Counter wird mit diesem Command für alle Spieler im Radius von 10 auf 5 gesetzt. Setzen wir statt Set Add ein, wird der Wert aus der Eingabe zu dem bestehenden Wert hinzuaddiert. Diesmal wird der Wert für alle Spieler im Radius von 10, also um 5 erhöht und wenn man statt Add Remove einsetzt, um 5 reduziert. Man kann des Weiteren nicht nur real existierenden Spielern oder Entitäten einen Wert im Scoreboard geben, sondern auch Phantasie-Variabeln bestimmen, um zum Beispiel die Drum'n'Run-Fells in der Sidebar anzuzeigen. Hält man vor den Selector-Namen einen Hashtag, wird dieser in der Sidebar ausgeblendet werden. Sortiert werden die Werte in der Sidebar zuerst absteigen nach ihrem Wert und bei Gleichstand alphabetisch. Es werden immer nur die 15 besten Spieler angezeigt. Spieler, für die kein Wert festgelegt wurde, haben zu Anfang nicht den Wert Null, sondern einen nicht definierten Wert und sie können erst in Schaltungen einbezogen werden, wenn ihnen ein Wert zugewiesen wurde. Das wird im folgenden Beispiel relevant. Möchte man speichern, welche Personen auf einem Server den YouTuber-Rang besitzen, kann man zum einen natürlich ein Objective vom Typ Dummy mit dem Namen Rang erstellen und denen, die YouTuber sind, dort den Wert 1 und allen anderen den Wert Null geben. Sollen YouTuber per Command in eine spezielle Lobby teleportiert werden, ist das mit dem Command //tp alle mit dem Score Rang mindestens und maximal 1 an die Koordinaten, auch kein Problem. Deutlich schwieriger wird das Ganze aber schon, wenn nicht alle Spieler teleportieren möchte, die keinen YouTuber-Rang besitzen. tp et a, Score Rang maximal 0 mag dort auf den ersten Blick eigentlich funktionieren, allerdings werden Spieler, für welche der Wert von Rang nicht definiert ist, dort nicht mit eingeschlossen. Um dieses Problem zu meistern, müsste man das Objective direkt beim Join für jeden Spieler mit dem Wert Null initialisieren, das ist aber nicht unbedingt die Masterlösung. In der Minecraft 1.9 gibt es allerdings für solche Fälle Tags. Einen Tag hinzufügen können wir mit //scoreboardplayers tag dem Selector und add, um so dem Spieler den Tag YouTuber zu geben. Wollen wir alle YouTuber teleportieren, müssen wir einfach nur add a tag gleich YouTuber für den Selector angeben. Alle Spieler, welche keinen YouTuber-Rang besitzen, können wir mit add a tag ist gleich Ausrufezeichen YouTuber erfassen. Wir können einem Spieler außerdem natürlich auch mehrere Tags verpassen und mehrere Tags beim Selector abfragen. Auch Entitäten kann man mittlerweile Werte und Tags im Scoreboard mit dem add a Selector geben, als Name wird dann die UUID genommen, selbst dann, wenn man ihnen mit dem CustomNameNBT Tag einen Namen gegeben hat. Fragt man zum Beispiel mit dem //say-Command nach allen Kühen mit mehr als 10 Punkten, werden die UUIDs aber in verständliche Namen umgewandelt. Eine Kuh mit den Tags gesund, dynamisch und gute Milch lässt sich außerdem mit diesem Command //summon cow koordinaten tags gesund, dynamisch, gute Milch spawnen. Alle Tags können wir uns mit //scoreboardplayers tag Selector List auflisten und setzen wir statt List remove ein, lassen sich die Tags auch wieder entfernen. Ein Reset für Zahlenwerte der Objectives kann man manuell mit dem //scoreboardplayersreset-Command ausführen. Man kann damit entweder den Score von einem bestimmten Spieler in einem bestimmten Objective auf nicht definiert setzen, //scoreboardplayersreset-Coaly-Tode setzt also die Tode von Coaly auf nicht definiert, wenn man das Objective weglässt, alle Scores des Spielers zurücksetzen, //scoreboardplayersreset-Coaly setzt also jeden Score in jedem Objective von Coaly auf nicht definiert oder wenn man statt einem Spielernamen ein Sternchen einsetzt, auch die Werte von sämtlichen Namen in einem bestimmten Objective auf nicht definiert setzen, //scoreboardplayersreset-Tode sorgt also dafür, dass das Objective-Tode nun überhaupt keine Werte mehr von jedem Spieler enthält, //scoreboardplayersreset-Sternchen resetet das komplette Scoreboard. Hinzu kommt noch die Möglichkeit, mit dem //scoreboardplayers-Operation-Command Rechnungen auszuführen. Mathe-Hasser müssen jetzt ganz stark sein, es ist für einen Mapmaker leider aber wichtig, auch diesen Teil anwenden zu können. An erster Stelle gibt man Selector und Objective an, die verändert werden sollen, dann die Art der Operation und anschließend Selector und Objective, die den ersten Wert beeinflussen, selber aber nicht verändert werden. Mit //isgleich wird beispielsweise der Wert von Peter auf den Wert von Hans im Objective-Punkte addiert. Mit //isgleich wird uns der Rest der Division ausgegeben. Mit //isgleich wird der Score von Peter auf den Wert von Hans übertragen. Mit //kleiner wird der Wert nur übertragen, wenn der Score von Peter kleiner als von Hans ist und mit //größer nur, wenn der Score von Peter größer als von Hans ist. Größer-Kleiner tauscht die Werte der beiden Spieler. Mit //scoreboardplayers-Test können wir außerdem überprüfen, ob der Score eines Spielers in einem bestimmten Intervall liegt. Mit //scoreboardplayers-Test Hans Punkte 20-25 testen wir also, ob der Wert von den Punkten für Hans zwischen 19 und 26 liegt. Soll die Intervallgrenze nach oben oder unten offen sein, können wir auch statt einer Zahl ein Sternchen einsetzen. Auch mit //score maximal 25 können wir testen, ob der Wert eines Spielers zwischen 19 und 26 liegt. Spieler, die nicht online sind, können wir aber nur mit //scoreboardplayers-Test abchecken. Zum Ändern der Werte per Command werden prinzipielle OP-Rechte oder vorgefertigte Command-Bücke benötigt. Damit auch Spieler ohne OP-Rechte Werte im Scoreboard verändern können, kann man mit //scoreboard-Objectives-Add ein Objective vom Typ Trigger erstellen. Ein Spieler kann dann zum Beispiel in einem Item-Shop die Nummer des Items nennen und den entsprechenden Gegenstand geliefert bekommen. Die Nummer des Items teilt der Spieler mit dem //trigger-Command mit. Der ausgeführte Command //trigger Itemnummer set 245 teilt dem System folglich mit, dass der Kunde das Item mit der Itemnummer 245 bestellen möchte, denn der Wert für die Itemnummer wurde für den Spieler auf 245 gesetzt. Der Spieler kann mit dem //trigger-Command jedoch erst einkaufen, wenn für ihn der //scoreboard-Players-Enable-Command ausgeführt wurde, bei dem das System die Information erhält, dass der //trigger-Command für das //objective-Item-Nummer freigeschaltet werden soll. Ohne Freischaltung wird eine Fehlermeldung gesendet. Damit der Kunde nicht unendlich viele Items bestellen kann, wird der //trigger nach jeder Bestellung wieder deaktiviert. Soll den Spieler dauerhaft bestellen können, muss der //scoreboard-Players-Enable-Command an eine Clock angeschlossen werden. Weil der Gast in der Regel außerdem überhaupt keine Ahnung vom //trigger-Command besitzt, wird in der Praxis dieser Command meist in ein Buch gepackt, mehr Infos dazu gibt es in der Infocard. Im //scoreboard kann man zudem nicht nur einen Haufen Daten speichern, sondern auch mit Hilfe von Teams, die Nametags farbig machen oder komplett ausblenden. Neue Teams erstellt man mit //scoreboard-Teams-Add und gibt ihm am besten einen aussagekräftigen Namen. Mit //scoreboard-Teams-Add-Rot wird beispielsweise das Team mit dem Namen Rot hinzugefügt. Zum Löschen eines Teams wird der //scoreboard-Teams-Remove-Command genutzt oder man löscht die Team-Datei mit dem NMT-Explorer. Das Team ist am Anfang noch leer, aber um das zu ändern, kann man über den //scoreboard-Teams-Join-Command Spieler dort hineinstecken. Mit //scoreboard-Teams-Join-Rot-Coley-Nebel-Neek werden die Spieler Coley und Nebel-Neek in das entsprechende Team gesteckt, selbst wenn sie noch gar nicht auf dem Server sind. Jeder Spieler kann nur in einem Team gleichzeitig sein, wird also, wenn er in einem neuen Team ist, automatisch aus dem alten entfernt. Soll er kein Team mehr besitzen, nutzt man den //scoreboard-Teams-Leave-Command. Die Hauptfunktionen der Teams können wir mit //scoreboard-Teams-Option konfigurieren, in unserem Beispiel Team Rot fehlt nämlich noch das wichtigste, die Farbe. Diese können wir in dem Punkt Color festlegen und uns mit der Tab-Taste zwischen insgesamt 16 Farben entscheiden. Auch Phantasie-Spieler, welche zum Beispiel für das Anzeigen der Teamleben genutzt werden, können wir in einem Team joinen, um die Schrift zu färben. Außerdem können wir mit Friendly Fire bestimmen, ob sich Spieler des Teams gegenseitig schlagen können. Setzt man den Wert auf True, erlaubt man das Schlagen und auch False können sie sich nicht mehr angreifen. Möchte man, dass sich Spieler aus verschiedenen Teams nicht mehr schlagen können, muss man ihnen den Schwäche-Effekt auf einer sehr hohen Stufe geben. Weiter geht es mit C-Friendly Invisibles. Ist der Wert dort auf True, können Teammitglieder ihre Partner, wenn sie einen Unsichtbarkeits-Effekt haben, weiterhin verschwommen erkennen, auf False ist diese Option ausgestellt. Wichtig im Kämpfen ist außerdem die Option, den Name-Tick auszublenden. Bei der Name-Tick-Visibility können wir deshalb zwischen immer anzeigen, für das eigene Team nicht anzeigen, für gegnerische Teams nicht anzeigen oder niemals anzeigen wählen. Dasselbe kann man auch für das Anzeigen der Todesmeldungen kontinuieren. Weitere Videos der Map-Making-Grundlagen findet ihr in der Playlist, welche jetzt in der Infocard eingebindet wird. Vielen Dank fürs Zuschauen!